Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, liebe Expertinnen und Experten, ich freue mich sehr, Sie und Euch ganz herzlich im Namen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hier im Abgeordnetenhaus von Berlin begrüßen zu dürfen zu unserem Symposium zu den sogenannten Legal Highs. Ich möchte einführen mit einem Zitat von dem langjährigen SPD-Parteivorsitzenden Kurt Schumacher. Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit und ich denke, dass die Drogenpolitik das jahrzehntelang versäumt hat, die Wirklichkeit zu betrachten, wie ist der Drogenkonsum, wie ist das, was mit Drogen zu tun hat, hier aufgestellt in Deutschland und gerade auch in Berlin. Im Gegenteil, man hat die Folgen bekämpft mit Bestrafung und Prohibition. Das waren so die Grundsätze, wie man mit Drogen umgegangen ist und dass diese Kriminalisierung teilweise der Beginn war von kriminellen Karrieren, üble Umstände auf dem Schwarzmarkt zur Folge hatten, auch sogenannte Begleitkriminalität und Folge- und Beschaffungskriminalität und natürlich auch viele gesundheitliche Schäden zur Folge hatten. Das war eine Folge dieser Kriminalisierung und ist bis heute noch eine von den wesentlichen Folgen der Kriminalisierung. Vor allen Dingen aber kann man eins nicht, nämlich eine Beziehung aufbauen zu denjenigen, die Drogen konsumieren, die Drogen auch in einem schädlichen Maß konsumieren, die zu viel davon konsumieren, die ein unverträgliches Konsummuster haben, egal von welchen Drogen. Ich finde es relativ spannend, dass wir durch dieses Phänomen Legal Highs, dazu werden wir heute noch einiges hören und da freue ich mich sehr darauf, dass wir durch den technischen Fortschritt, durch die synthetische Herstellung von allerlei Stoffen ja einen legalen Markt haben für Drogen und sogenannte Rauschmittel und deswegen auch, glaube ich, jedenfalls ist das meine Hoffnung, die akzeptierende Drogenpolitik, wie wir sie als Grüne favorisieren, die akzeptierende Drogenpolitik auch eine gewisse Renaissance erlebt. Dazu geben auch Umfragen Hoffnung, dass sich viele Leute wünschen, dass insbesondere bei Cannabis eine liberalere Haltung aufgenommen wird, aber das gilt auch für andere Drogen, dass es sich gesellschaftlich immer mehr als Erkenntnis durchsetzt, dass allein auf Strafrecht zu setzen gescheitert ist. Beispiele dafür gibt es viele, vom Görlitzer Park bis hin zu ganz vielen Einzelfällen, in Anführungszeichen Einzelfällen, die durch das Strafrecht strukturell in die Enge gedrängt werden, in die Kriminalisierung getrieben werden und dadurch auch gesellschaftlich wie auch individuell unnötige schädliche Folgen vorweisen. Und immer mehr legale Stoffe, haben wir gesagt, schwemmen auf den Markt, weil der Gesetzgeber bzw. die zuständigen Institutionen nicht mit den Verboten hinterherkommen. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Dazu haben wir einige Experten hier. Einer aus Freiburg war gestern in Karlsruhe vor dem BGH zu einer Anhörung. Da freue ich mich schon sehr darauf, wie mit der aktuellen Rechtsprechung umgegangen werden kann und was dazu erwarten wird. Aber mir geht es auch darum, dass wir nicht verharmlosen. Nur weil Kriminalisierung gescheitert ist, heißt das nicht, dass man Drogen schönreden darf, dass man das verherrlichen darf, sondern dass wir versuchen durch Aufklärung, durch Hilfeangebote, Prävention, durch Beachtung des Jugendschutzes, aber eben auch durch Rechtssicherheit. Das hat ja auch ganz vieles bei diesen undurchsichtigen vielen rechtlichen Grundlagen eine Dimension, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land gar nicht wissen, was ist rechtlich noch in Ordnung, was geht nicht mehr. Dass man das politisch auch gewährleistet und dabei vor allen Dingen die Augen nicht verschließt. Es gibt einen Markt für Drogen. Es wird immer einen Markt für Drogen geben. Es wird Konsumentinnen und Konsumenten geben. Es wird dadurch auch ein Angebot geben, weil sich damit sehr viel Geld verdienen lässt, auch gerade im Bereich der Legal Highs. Und das zu regeln, finde ich toll, dass wir uns hier das heute vornehmen in einer sehr, sehr langen Tagung. Dass wir es als Thema, das viel zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, was weitgehend tabusiert ist dafür, dass es eigentlich so verbreitet ist, dass wir uns das hier vornehmen. Ich freue mich also auf die weitere Veranstaltung und möchte mich nochmal ganz besonders bedanken bei Tibor Harrach und der Landesarbeitsgemeinschaft Drogen von Bündnis 90 Die Grünen Berlin, die immer als Experten und auch Initiatoren hier auch von dieser Fachveranstaltung zur Seite standen und wir uns hier gemeinsam ja auch fortbilden und eine Meinung bilden können. Ich danke mich jetzt schon mal bei den zahlreichen Fachexpertinnen und Experten, die erschienen sind. Ich bedanke mich bei meinem Mitarbeiter, der hier für die Organisation sehr viel geleistet hat. Ich möchte nur noch kurz sagen, dass hier Bild und Ton mit Schnitte gemacht werden. Also alles, was hier gesagt wird, kann für und gegen uns verwendet werden. Und wenn das jemand nicht möchte, bevor er einen Redebeitrag leistet, dann doch bitte das noch gesagt werden soll. Zum weiteren Ablauf. Wir beginnen jetzt erstmal mit einer wissenschaftlichen Perspektive ungefähr bis 15 Uhr, Viertel nach drei, also bis 15 Uhr, Entschuldigung, bis 15 Uhr, dann machen wir eine Pause, bis Viertel nach drei. Dann kommen wir mehr auf einen rechtlichen Fokus für eine Stunde bis um Viertel nach vier, dann eine zweite Pause. Dann machen wir danach eine politische Diskussion, so bis 17.30 Uhr, 18 Uhr. Das ist soweit zum Ablauf. Ja, mein Name ist Benedikt Lux. Ich bin seit 2006 im Berliner Abgeordnetenhaus und drogenpolitischer Sprecher hier für die Grünen und auch innenpolitischer Sprecher. Hat manchmal einen ganz guten Zusammenhang in dem Bereich. Und ja, freue mich, dass wir heute dieses für mich jedenfalls relativ neue Thema nochmal stark aufarbeiten können. Würde jetzt übergeben an Tibor und uns allen hier eine erfolgreiche, schöne Veranstaltung wünschen. Bitte Tibor. Ja, vielen Dank Bene. Auch ich möchte Sie alle hier noch ganz herzlich begrüßen. Ich denke mir, wir haben heute eine sehr gute Runde aus Teilnehmern aus Politik. Nicht nur Bündnis 90 Die Grünen sind da, es sind auch Vertreter anderer Fraktionen da. Verwaltung ist da. Wissenschaft, und das ist mir ganz wichtig festzustellen, dass hier Wissenschaft aus den unterschiedlichen Disziplinen da ist, also Sozialwissenschaftler und Naturwissenschaftler zum Beispiel. Dann haben wir Vertreter aus der Drogenhilfe und Suchtprevention da. Wir haben niedergelassene Rechtsanwälte hier und wir haben auch Vertreter aus Szeneinitiativen hier. Also im Namen von der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik möchte ich euch hier alle ganz herzlich begrüßen. Ja, Bene hat es schon angedeutet, es gibt ein paar kleine Programmveränderungen. Wir sind hier in der Politik, da muss man immer mit Veränderungen rechnen. Zwei Personen, die wir hier mit eingeplant hatten, mussten leider absagen oder ihren Beitrag absagen. Zum einen fällt der Beitrag von Patrick Seck leider aus zu den Regulationsmodellen in Neuseeland und zum zweiten kann leider heute nicht der Abgeordnete Harald Terpe aus dem Bundestag zu uns kommen, wegen anderer Termine, anderer wichtiger Termine, aber dafür ist dann sein Mitarbeiter Dr. Holzer da und wird ihn hier fachlich vertreten. Ja, dann würde ich jetzt auch gleich beginnen wollen. Ich begrüße natürlich auch ganz besonders unsere externen Referenten, Herrn Bernd Werse, Herrn Volker Auwerter aus Freiburg und Carsten Tögl aus Frankfurt und würde jetzt gleich das Wort an Bernd Werse übergeben. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Dr. Bernd Werse ist Sozialwissenschaftler, Soziologe an der Goethe-Universität in Frankfurt, leitet dort das Center for Drug Research, macht seit 15 Jahren Drogenforschung, ist Experte für die neuen psychoaktiven Substanzen, um die es ja heute hier geht, für Cannabis, aber auch für Drogenhandel. Er ist Mitarbeiter, aktiver Mitarbeiter im sogenannten Spice 2 Plus Projekt, was meines Wissens ja von der EU gefordert wird und Herr Bernd, Dr. Bernd Werse leitet auch das Drogenmonitoring in Frankfurt, diese regelmäßigen Konsumentenbefragungen, um die wir euch hier in Berlin beneiden. So was haben wir hier nicht und würde jetzt an Bernd Werse übergeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also was dieses Drogenmonitoring-System betrifft, da ist es nicht so, dass wir das Drogenmonitoring-System nicht so, dass wir es nicht schon versucht hätten, das irgendwie auch mal hier in Berlin zu verkaufen, nur verkaufen ist wahrscheinlich das Stichwort. Es ist, glaube ich, schwierig, dafür Mittel locker zu machen, obwohl es ja gerade, ich meine, also bei diesem Drogenmonitoring muss man dazu sagen, wir machen dort jedes Jahr eine repräsentative Schülerbefragung, also um sozusagen diese Zielgruppe der Jugend zu erforschen, wie es dort mit legalen und illegalen Drogen aussieht. Alle zwei Jahre machen wir eine Befragung in der offenen, also in der Junkie-Szene und jedes Jahr machen wir auch eine Erhebung in der Party-Szene und gerade das wäre in Berlin natürlich hochinteressant, weil gerade wenn es um neue Drogentrends geht, kann ich mir vorstellen, dass Berlin nicht nur Deutschland, sondern auch europaweit führend ist und leider gibt es da keine regelmäßigen Erhebungen dazu und das würde uns schon sehr interessieren, aber wie gesagt, das nur so am Rande. Heute bin ich ja jetzt auch weder für die gängigen legalen noch für die gängigen illegalen Drogen hier, sondern es geht ja eben um dieses Thema der Legal Highs und was ich hier jetzt hingeschrieben habe, es betrifft erstmal die Verbreitung, dann auch die Konsummotivation und auch Typen von KonsumentInnen, wobei das Innen so ein bisschen relativ ist in diesem Fall, dieses Gegenderte, weil bei den Legal Highs, wie wir nachher auch noch sehen werden, ist das männliche Übergewicht noch etwas stärker, als man das sowieso schon beim regelmäßigen Konsum von Drogen immer wieder feststellen kann. Aber kommen wir erstmal zu dem aktuellen Anlass, was womöglich auch ein bisschen der Anlass gewesen ist, überhaupt diese Veranstaltung hier ins Leben zu rufen oder zumindest einen Auslöser. Nämlich im Juli gab es ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofes. Ich kann mir vorstellen, dass nachher auch nochmal darauf eingegangen wird, wenn es um die juristische Perspektive geht. Ich glaube auch Volker Auwerter wird nochmal kurz was dazu sagen. Jedenfalls hatte das zur Folge, es wurde dann auch vom Bundesgerichtshof bestätigt, dass die Regelungen, die es vorher jetzt über einige Jahre hingab, informell, dass nämlich Legal Highs als Arzneimittel begriffen wurden von der Strafverfolgung und dementsprechend der Handel mit diesen Stoffen faktisch unterbunden wurde. Das heißt, es gab also auch durchaus empfindliche Strafen für Leute, die gehandelt haben. Das wurde jetzt aufgehoben, indem der Europäische Gerichtshof und auch der BGH gesagt haben, Legal Highs sind keine Arzneimittel, also müssen sie eigentlich weiter erlaubt sein. Was allerdings auch jetzt nicht, also bei dieser Regelung war es auch vorher so, dass die Konsumenten nicht bestraft wurden für geringe Mengen. Also die Kriminalisierung, die es bei den illegalen Drohungen gab, fand dort nicht statt, aber eben der Handel wurde bestraft. Und das hatte zur Folge, dass nicht, dass diese Substanzen verschwunden waren vom Markt, sondern dass sie zumindest weitgehend verschwunden waren aus dem stationären Handel, also Headshops und ähnlichen Läden, in denen sie vorher kurzzeitig durchaus zu kaufen waren und der Handel sich eigentlich weitgehend online abgespielt hat. Diese Urteile, die es jetzt gab, haben aber zur Folge gehabt, zumindest bei diesem Anbieter, ich habe ihn jetzt mal anonymisiert, aber der ist relativ leicht zu finden über Google. Das ist so womöglich der größte, auf jeden Fall ist es der aggressivste Legal High Anbieter in Deutschland oder deutschsprachiger Weise. Vorher war es immer so, dass diese Stoffe immer so verklausuliert bezeichnet wurden und gar nicht die Rede davon war, dass man sich damit berauschen kann und so. Mittlerweile sind die zu einer ganz anderen Strategie übergegangen, nämlich voller Angriff sozusagen. Es steht drin, legaler Rausch. Unten ist auch diese Entscheidung nochmal verlinkt, Legal Highs offiziell erlaubt. Es steht sowas dabei wie heftige Wirkung und auch wenn man sich jetzt die einzelnen Produkte aufruft, steht dann auch drin, das brettert dich um und sowas in der Richtung. Also wirklich ganz offensiv. Neulich habe ich eine Mail weitergeleitet bekommen, dass hier in Berlin, ausgerechnet in Berlin, wo ja eigentlich die Versorgung mit illegalen Drogen ganz gut sein sollte, mittlerweile dieser Anbieter sogar plakatiert hat, also Plakate aufgehängt hat, hier geht mal auf so und so.de, da könnt ihr die heftigsten Sachen kaufen. Und ich muss sagen, dass diese Entscheidungen, die es da gegeben hat, haben sicherlich zur Folge, dass sich irgendwas tun wird auf bundespolitischer Seite. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was dieser Anbieter hier macht, die Sache eher noch beschleunigen wird. Zum Beispiel gab es dann hier auch auf deren Website sowas, so jetzt wollen wir auch diese Legal Highs wieder in Ladengeschäfte reinbringen. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile geschafft haben. Unsere Mitarbeiter haben die Headshops in Frankfurt schon mal sich angeguckt und haben festgestellt, bis jetzt gibt es dann auch wieder noch keine Legal Highs wieder zu kaufen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das woanders vielleicht anders aussieht. Gut, jetzt aber mal so ein bisschen was zu der Geschichte des Ganzen. Ah, okay, ich sehe gerade, hier gibt es auch ein Handmikrofon, da muss ich mich nicht immer so verletzen. Gut, okay, sehr gut. Also einfach nur noch mal so für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht ganz so in der Materie drin sind, wie fing das Ganze an? Mitte, Ende 2008 fing es eigentlich damit an, dass dieses Produkt hier in der deutschen Öffentlichkeit aufgetaucht ist, nämlich Spice. Das war das erste Päckchen, was es dazu gab. Später gab es dann verschiedene Variationen davon. Die Wirkungen waren ähnlich, wie bei Cannabis und alle haben sich gefragt, woran liegt das? Kann das wirklich an dieser Kräutermischung liegen? Es gab einen beispiellosen Medienhype, in dem die Medien sicherlich auch einiges zu der Vermarktung dieses Produktes beigetragen haben, wie wir dann später auch in einer Pilotstudie bestätigt bekommen haben. Allerdings schon einige wenige Monate danach gab es dann zwei Labore. Das eine war das von Volker Auwerter, der heute hier ist, die synthetische Cannabinoide in Spice entdeckt haben. Also Stoffe, die so ähnlich wie THC wirken, aber zu den Einzelheiten hören Sie dann später noch mehr. Jedenfalls war dann das Bundesgesundheitsministerium sehr schnell und hat diese Substanzen schon im Januar 2009 unter das BTMG unterstellt. Danach erst allerdings setzte eigentlich so eine richtige Welle von neuen Räuchermischungen und eben auch anderer Legal-High-Produkte ein. Und damit hat sich dieses Phänomen eigentlich erst so richtig etabliert. Und erst ein bisschen später ging es dann eben los, dass eben diese Arzneimittelgesetz-Regelung gegriffen hat und die dann aus den Headshops verschwunden ist. Das heißt so 2008, 2009 gab es eine Phase, in denen man solche Produkte relativ offen kaufen konnte. Jetzt mal zu den einzelnen Produktkategorien. Erstmal diese besagten Räuchermischungen nochmal. Sie enthalten eben, wie gesagt, synthetische Cannabinoide und irgendwelche Pflanzenteile, die in der Regel nicht psychoaktiv wirksam sind. Das ist hier eine ganz wichtige Sache. Der Wirkstoff ist nicht auf der Verpackung angegeben und es steht auch normalerweise nicht drauf, dass es eine Droge sein soll, sondern es wird eben meistens als Räuchermischung bezeichnet. Man soll es irgendwo in die Ecke stellen und abfackeln und vor sich hin qualmen lassen, was natürlich keiner macht. Diese synthetischen Cannabinoide, diese Wirkstoffe werden auch in Reinform verkauft. Dazu kommen wir dann auch gleich nochmal. Applikationsformen sind wie bei Cannabis und in der Regel werden diese Stoffe auch als Ersatz für Cannabis konsumiert. Also es gibt eigentlich kaum eine andere Konsummotivation. Die zweite Produktkategorie ist das, was öfter mal auch in den Medien aufgetaucht ist unter dem Schlagwort Badesalte. Es gibt aber auch noch andere Schutzbezeichnungen. Also das sind alles immer Schutzbezeichnungen, muss man sagen, damit es eben nicht Droge genannt wird. Und das Prinzip ist das gleiche wie bei den Räuchermischungen. Also wie gesagt, die Bezeichnung deutet auf einen anderen Zweck hin. Meistens kommt das in Pulverform auf den Markt, zum Teil auch als Pillen oder Kapseln. Auch hier ist der Wirkstoff nicht auf der Verpackung angegeben und das Wirkspektrum bewegt sich irgendwo zwischen, naja sagen wir mal so ganz grob, zwischen Kokain und Ecstasy. Allerdings wird das Angebot von diesen Produkten seit einiger Zeit weniger, weil sie anscheinend auch bei den Konsumenten unbeliebter geworden sind. Dazu werde ich aber auch nachher nochmal kurz was sagen. Ja und das ist jetzt, also Research Chemicals ist eigentlich die Bezeichnung, die als erstes da war. Das ist die kursiert so ungefähr seit dem Jahr 2000 in gut informierten, sich über das Internet vernetzenden Kreisen. Aber damals hat es eben noch eine sehr kleine Gruppe betroffen an experimentierfreudigen Konsumenten, die sich dann über verschlungene Wege über das Internet diese Research Chemicals, also ja relativ neue Stoffe, die psychoaktive Wirkungen haben, besorgt haben. Es handelt sich um Reinsubstanzen. Im Grunde genommen ist dieses Forschungschemikalie oder Research Chemicals auch eine Schutzbezeichnung, weil keiner forscht natürlich damit, sondern die Forschung, beziehungsweise gut, man kann es natürlich auch als Selbstversuch, kann man natürlich auch als Forschung bezeichnen. Aber das Entscheidende hierbei ist, dass der Inhaltsstoff angegeben ist und in aller Regel, auch dazu wird Volker Auwerter vielleicht nochmal was sagen können, in aller Regel ist auch das drin, was draufsteht, in relativ hoher Reinheit. Allerdings kann man sich eben nie hundertprozentig sicher sein und dabei unter diesen Research Chemicals gibt es Stoffe aus allen möglichen Stoffgruppen und das überlasse ich jetzt auch mal meinen Nachredner. Auch synthetische Cannabinoide werden eben in Reinform verkauft und da ist natürlich so das Ding, das unterscheidet sich natürlich dann in der Applikationsform dann ganz besonders, dass man eben nicht mehr diese Kräutermischung dann in seinen Joint reindreht, sondern eine sehr kleine Menge von einem Pulver dann. Gut, das sind also so die drei Produktkategorien, so grob, ganz grob gefasst, die es gibt unter diesen Legal-High-Produkten. Danach haben wir dann auch unsere sozialwissenschaftlichen Befragungen ausgerichtet. Hier noch ein paar Besonderheiten des Phänomens. Das Internet spielt eine große Rolle, nicht nur in dem Sinne, dass die Substanzen meistens über das Internet gehandelt werden, sondern auch als Informationsquelle ist das einfach eigentlich die einzige, die es gibt, das Internet, zum Beispiel Online-Foren oder Blogs, aber schlichtweg auch Wikipedia, also viele von diesen neuen Substanzen, zu denen gibt es dann zumindest schon mal einen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag, wo man sich so basal informieren kann. Diese neuen psychoaktiven Substanzen können mit herkömmlichen Drogentests nicht nachgewiesen werden und der Handel, wie gesagt, fand bislang hauptsächlich über das Internet, beziehungsweise dann über Freunde oder andere Weiterverkäufer statt. Wie es zukünftig aussieht, muss man halt mal sehen, ob diese Urteile von EuGH und BGH tatsächlich Folgen haben. Hier habe ich jetzt nur noch mal so, nur so für die Leute, die sich das noch nie angeguckt haben, so sieht zum Beispiel auch ein bestimmter Internet-Shop aus, in dem vor allen Dingen diese Räuchermischungen gehandelt werden und da sieht man auch, es gibt immer ganz viele verschiedene, von denen sehr viele dann auch immer die gleichen Wirkstoffe enthalten, zum Teil aber in anderen Kombinationen und mit anderen Geschmacksrichtungen und so weiter. Und das hier wäre mal ein Beispiel für einen Internet-Shop, der sich auf Research Chemicals, also auf die Reihensubstanzen spezialisiert hat und das sieht dann auch gleich so ein bisschen klinischer aus sozusagen. Also es spricht auch so ein bisschen andere Zielgruppen an sozusagen. Diese Grafik wird eigentlich fast immer präsentiert, wenn es um das Thema geht. Ich weiß, es kann auch sein, das ist einer der anderen Referenten, die auch noch mit dabei hat. Das ist eine Grafik der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht und da geht es um die absolute Zahl an neu aufgetretenen Substanzen, die pro Jahr irgendwo in Europa gefunden wurden. Und da sieht man, dass es in den Jahren 2005 bis 2008 noch sehr wenige waren, die jedes Jahr neu aufgetreten sind. Seitdem ist das ziemlich deutlich angestiegen und erst im letzten Jahr hat sich dieser Anstieg ein bisschen abgeschwächt. Also aber trotzdem, also allein im Jahr 2013 gab es über 80 verschiedene Substanzen, die irgendwo in Europa das erste Mal entdeckt wurden. Und das zeigt so ein bisschen, wie schwierig es ist, da rechtlich hinterher zu kommen sozusagen. So, jetzt kommen wir mal zu meinem eigentlichen Thema, nämlich der sozialwissenschaftlichen Betrachtung dieses ganzen Phänomens. Wie weit sind diese Drogen überhaupt verbreitet in der Bevölkerung? Und da halt insbesondere eben in Deutschland. Es gibt diese Studie, die sich epidemiologischer Suchtsurvey nennt. Die wird alle drei bis vier Jahre von Kollegen aus München durchgeführt. Eine Erwachsenen-Repräsentativ-Befragung, bei denen eben auch Alkohol, Tabak und andere illegale Drogen eine Rolle spielen. Da muss man sagen, sie haben immer noch ein Problem damit, korrekt danach zu fragen, nach diesen neuen psychoaktiven Substanzen. Im Jahr 2009 haben sie nur nach Spice gefragt. Da war das eben gerade ein aktuelles Thema gewesen. 2012 haben sie das dann erweitert. Allerdings meiner Meinung nach unzureichend. Da stehen Bezeichnungen drin, also Produktnamen, die schon lange keine Rolle mehr gespielt haben und andere fehlen vollkommen. Das heißt, diese Daten sind eigentlich sehr mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem deuten sie ein bisschen darauf hin, dass diese Drogen insgesamt nicht besonders verbreitet sind. Also 2009 waren es 0,8 Prozent der Erwachsenen, die das irgendwann mal ausprobiert hatten. Und 0,4 Prozent, die es auch im zurückliegenden Jahr gemacht haben. Und diese Zahl ist 2012 sogar noch etwas gesunken. Wobei das, wie gesagt, auch eine Funktion dieser unzureichenden Fragestellung sein könnte. Dann hat außerdem im Auftrag der EU, hat es jetzt schon zweimal eine Befragung gegeben, unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 2011 und 2014. Und in Deutschland war bei diesen beiden Befragungen die Lifetime-Prävalenz, also die Anzahl derer, die es schon mal ausprobiert hatten, lag bei 4 Prozent. Das heißt, es ist schon ein durchaus ernstzunehmender Anteil der jungen Leute, die es mal ausprobiert haben, aber jetzt auch nicht besonders viele. Gerade wenn man es mit Cannabis vergleicht, wo man eher auf so Werte von 30, 40 Prozent kommen würde. Allerdings sehr interessant dabei ist, in Deutschland hat sich diese Prävalenz nicht geändert. Im EU-Durchschnitt dagegen schon. Da hat es sich nämlich von 5 auf 8 Prozent erhöht. Das heißt also, der Trend geht europaweit eher in eine andere Richtung. Und das ist auch von Land zu Land sehr unterschiedlich. Also in manchen Ländern sind sie sehr stark verbreitet, in anderen weniger. In manchen ist es sehr stark angestiegen, in manchen auch wiederum nicht. Also insofern, und man muss auch dazu sagen, europaweit betrachtet, werden diese Substanzen in sehr unterschiedlichen Konsumentengruppen konsumiert. Im Osten zum Beispiel, also aus Rumänien und Bulgarien haben wir es zum Beispiel gehört, ist das wohl vor allen Dingen in so Szenen, die man hier eher als Junkie-Szenen bezeichnen würde, verbreitet, weil eben harte Drogen sozusagen besonders schwer erhältlich und auch vergleichsweise teuer sind. Und die Zugänge zu diesen neuen psychoaktiven Substanzen wohl leichter sind. Diese synthetischen Cannabinoide zum Beispiel spielen in manchen Ländern, in denen Cannabis sehr leicht und auch einigermaßen gefahrlos sozusagen erhältlich ist, überhaupt keine Rolle. Also in Holland oder in Spanien zum Beispiel gibt es kaum Leute, die synthetische Cannabinoide konsumieren. Dafür ist Spanien jetzt bei den anderen Legal Highs anscheinend, hat es dann einen relativ hohen Anstieg gegeben. Also es ist sehr unterschiedlich, wie sich das über Europa verteilt. Ja, jetzt dieses besagte Monitoring-System, wovon vorhin schon die Rede war. Wie gesagt, wir führen dort jedes Jahr eine Schülerbefragung durch und deswegen können wir also da auch schon mal für die Stadt Frankfurt am Main. Und man muss sagen, Frankfurt ist eigentlich schon auch immer so halbwegs repräsentativ, zumindest für deutsche Großstädte. Großstädte unterscheiden sich zwar ein bisschen in dem Konsum der Bundesländer, aber meistens war es bisher so gewesen, dass wenn wir in Frankfurt irgendwas beobachtet haben, hat sich das mit so ungefähr einjähriger Verzögerung auch deutschlandweit abgezeichnet. Und da ist es eben so bei den Räuchermischungen. Wir haben damals glücklicherweise, als gerade der Spice-Medien-Hype auf dem Höhepunkt war, haben wir das erste Mal danach gefragt und da waren es dann gleich mal 6% der Jugendlichen, also 15- bis 18-Jährigen, die das schon mal ausprobiert hatten. Dieser Wert ging dann ein bisschen nach oben auf 9% im Jahr 2010. Seitdem ist eigentlich aber eine abnehmende Tendenz festzustellen und zuletzt waren es nur noch 5%. Zurzeit läuft gerade unsere aktuelle Schülerbefragung. Ich kann mir vorstellen, dass es zumindest nicht weiter angestiegen ist. Also hier kann man schon sehen, womöglich hat das Phänomen sein Zenit überschritten. Seit dem Jahr 2010 haben wir dann auch nach allen anderen Legal-High-Produkten gefragt. Da haben wir dann Werte von 3- bzw. 2% Lifetime-Prävalenz rausbekommen. Hier ist allerdings dringend zu beachten, dass das eher Maximalwerte sein dürften. Denn wir haben dort immer noch eine offene Frage angeschlossen, was war es denn das, was du zuletzt da konsumiert hast. Und viele von denen, die da was reingeschrieben haben, haben irgendwas anderes reingeschrieben, was gar nicht unter diese Kategorie fiel. Also sowas wie Pflanzendrogen oder missbrauchbare Medikamente oder sowas. Das heißt, obwohl wir uns bemüht haben, die Frage sehr präzise zu stellen, es handelt sich um legale Produkte mit synthetischen Wirkstoffen, haben doch viele das dann doch wieder missverstanden. Aber wie gesagt, bei diesen Fallzahlen passiert das auch einfach. Jedenfalls, wenn man das jetzt mal in Relation sieht, gerade wenn man davon ausgeht, dass diese 2% wahrscheinlich in Wirklichkeit eher nur 1% sein dürften, kann man sagen, Räuchermischungen, wenn überhaupt, dann werden Räuchermischungen ausprobiert von den Jugendlichen. Und sehr viel weniger probieren eben andere Sachen aus. Und es sind auch fast ausschließlich Jugendliche, die schon mal illegale Drogen konsumiert haben. Also es sind jetzt nicht irgendwelche, die auf die Idee kommen, ach, das ist ja legal, das probiere ich jetzt mal aus. Also insofern kein Argument gegen die Legalisierung von illegalen Drogen. So, dann haben wir jetzt mal abgesehen von dieser Repräsentativbefragung, die wir jedes Jahr durchführen, haben wir unter anderem, also wir haben jetzt schon diverse, kleinere und zum Teil auch größere Studien zum Thema neue psychoaktive Substanzen gemacht. Und zwei Online-Befragungen haben wir bisher durchgeführt, die sich direkt, also die eben nicht repräsentativ sind und die es auch gar nicht sein können, das ist eigentlich nie so bei Online-Befragungen, sondern unser Ziel war, dass wir eine möglichst große Stichprobe an Leuten erreichen, die solche Substanzen schon mal ausprobiert haben. Das war also ein Schlusskriterium. Und wir haben diese Befragung über, insbesondere über das Internet verbreitet, über unterschiedliche Angebote, die es da gibt in dieser Richtung. Und dadurch, dass eben schon drin stand, ja, es geht hier um neue psychoaktive Substanzen, haben sich sicherlich auch diejenigen, die damit umfangreichere Erfahrungen hatten, eher angesprochen gefühlt, sodass also erfahrene und aktuell Konsumierende wahrscheinlich klar überrepräsentiert sind. Denn in diesen Repräsentativbefragungen kann man ja hier schon sehen, also sieben Prozent, beziehungsweise fünf Prozent im Vergleich zu einem Prozent die aktuelle Konsumenten sind. Also die Probierer, diejenigen, die es nur einige Male ausprobieren, sind eigentlich immer klar in der Mehrheit. Und gerade bei diesen Substanzen ist es in ganz besonderem Maße, der Fall. Bei dieser Befragung ist es eben nicht der Fall. Das werden wir aber gleich nochmal sehen. Ja, und die Stichproben, die wir erreicht haben, waren 860 im Jahr 2011 und 771 im Jahr 2013-14. Das heißt also durchaus, das sind Anzahlen, mit denen man schon was anfangen kann, statistisch gesehen. Beide Stichproben sind ausgesprochen ähnlich, was so zumindest schon mal den Geschlechteranteil angeht. 89 Prozent sind Männer in beiden Befragungen. Und interessant war auch, dass das Durchschnittsalter bis auf die Kommastelle exakt gleich war in beiden Erhebungen. Bei 24,2. Das war auch das, was wir so erwartet hatten, dass es jetzt weniger die Jugendlichen sind, die es vielleicht mal ausprobieren, sondern eher die jungen Erwachsenen, die es tatsächlich auch häufigere Konsumenten dieser Drogen sein dürften. Ja, der Bildungsstand war sehr ähnlich, der Arbeitsstatus war sehr ähnlich. Also man kann sagen, die Stichproben sind absolut miteinander vergleichbar. Es sind im Grunde genommen eigentlich die gleiche Zielgruppe, die wir erreicht haben. Was sich allerdings sehr stark unterschieden hat in beiden Erhebungen, ist der Anteil der, also die Verteilung auf die Bundesländer. Da war es in der ersten Befragung schon so, dass Bayern und auch Baden-Württemberg überrepräsentiert waren. In der zweiten Erhebung war Bayern aber noch stärker überrepräsentiert. Das heißt, das hat sich anscheinend noch stärker darauf verlagert. Also 32 Prozent der Befragten kamen aus Bayern, bei 15 Prozent, die eigentlich der Bevölkerungsanteil sind. Und da kann man wirklich sagen, das kann kein Zufall sein. Und das muss eben auch irgendwie Gründe in den Rahmenbedingungen haben. Aber dazu vielleicht auch später nochmal. Jetzt nochmal so generell, was haben diese Leute sonst für Drogenerfahrungen, die wir da befragt haben? Da kann man sehen, kaum einer von denen hat noch nie illegale Drogen ausprobiert. Große Mehrheiten waren aktuelle Cannabiskonsumenten, also haben in den letzten 30 Tagen konsumiert. Das hat sogar nochmal leicht zugenommen, dieser Anteil. Und auch sehr viele haben auch andere illegale Drogen schon mal ausprobiert, was sonst eigentlich der Vergleich von Cannabis-Erfahrenen zu Erfahrenen mit anderen illegalen Drogen, das ist normalerweise riesig. Also in unserer Schülerbefragung sind es zum Beispiel aktuell 42 Prozent mit Cannabis-Erfahrungen und 8 Prozent, die schon mal eine andere illegale Droge ausprobiert haben. Das heißt, man kann sagen, diese Stichproben sind wirklich ausgesprochen Drogen-Affin und immerhin haben auch ein Drittel, sind sogar aktuelle Konsumenten von anderen illegalen Drogen. So, jetzt kommen wir aber zu der Verbreitung der unterschiedlichen Produkte aus dem Bereich der neuen psychoaktiven Substanzen, um es mal so kompliziert zu formulieren. Und da sieht man, wenn man sich jetzt mal nur die Lifetime-Prävalenz anguckt, also der Anteil derer, die es schon mal ausprobiert haben, dass Räuchermischungen, also diese Cannabis-Ersatzprodukte in beiden Befragungen mit Abstand die verbreitetsten Substanzen sind, also da bestätigt sich das, was eben auch in der Repräsentativbefragung aufgetaucht ist, gefolgt von Research Chemicals, also von den Reinsubstanzen und diesen anderen Legal-High-Produkten, also Badesalze und Ähnliches. In der zweiten Befragung haben wir dann das erste Mal gesondert auch noch mal nach synthetischen Cannabinoiden in Reinform gefragt. Die waren in der ersten Befragung noch in dieser Kategorie Research Chemicals enthalten. Und wenn man sich die offenen Fragen dazu anguckt, spielten die in der Befragung 2011 quasi noch gar keine Rolle. Also da gab es nur ganz, ganz wenige, die angegeben haben, sie hätten schon mal ein synthetisches Cannabinoid in Reinform probiert. In der zweiten Befragung sind es dann auf einmal 42 Prozent. Also da kann man sagen, da hat sich schon einiges getan. Und gerade wenn man sich jetzt mal den aktuellen Konsum anguckt, der bei den Räuchermischungen extrem runtergegangen ist, von 35 auf 17 Prozent, hat sich da anscheinend einiges von den Räuchermischungskonsumenten hinbewegt, sich eben synthetische Cannabinoide zu besorgen stattdessen. Also nicht mehr diese Fertigprodukte, sondern die Reinsubstanz. Was auch deswegen irgendwie folgerichtig ist, weil diese Stoffe sehr viel billiger sind. Also eine Konsumeinheit von so einer Reinsubstanz kostet nur einige Cent unter Umständen, während man bei Räuchermischungen fast so viel zahlt, wie wenn man sich irgendwie Haschisch oder Marihuana besorgen würde oder ungefähr genauso viel. Ja, also das hat hier stark abgenommen, der aktuelle Konsum. Bei den anderen Legal Highs ist es noch etwas deutlicher, von 15 auf 6 Prozent. Also da kann man wirklich sagen, das spielt kaum mehr eine Rolle in der Gesamtheit dieser Konsumerfahrenen. Nur die Research Chemicals, das hat sogar noch mal zugenommen in der Lifetime-Prävalenz. Und wenn man jetzt das hier noch mit den synthetischen Cannabinoiden zusammenfügen würde, kann man sogar sagen, insgesamt hat der Konsum der Reinsubstanzen an Bedeutung sehr deutlich zugelegt. Wenn man sich jetzt allerdings noch mal den Konsum von allen Kategorien gemeinsam anguckt, dann sieht man, dass der aktuelle Konsum zurückgegangen ist, auch der erfahrene Konsum und insbesondere auch der intensive Konsum, also mehr als zehnmal in den letzten 30 Tagen, das hat sich deutlich verringert, sodass man also sagen kann, auch das sind eigentlich Anzeichen dafür, dass dieses Phänomen anscheinend langsam wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Also unter denjenigen, die es schon mal probiert haben, gibt es wesentlich weniger, die auch aktuell irgendwas aus diesem Bereich konsumiert haben. Und innerhalb dieser Gruppe aber hat sich eben das eindeutig von den Fertigprodukten, von den falsch deklarierten Produkten hin zu den Reinsubstanzen bewegt. So, warum konsumieren die Leute überhaupt solche Substanzen? Da haben wir Ihnen eine gewisse Auswahl an Konsummotiven vorgelegt, von denen ich jetzt auch nicht alle hier dargestellt habe. Zunächst mal die beiden, die am häufigsten genannt werden, das ist nicht besonders überraschend. Rausch und Neugierde ist eigentlich auch das, was beim sonstigen Konsum von Drogen immer die größte Rolle spielt. Interessanter wird es dann jetzt weiter hier hinten. Die legale Erhältlichkeit war im ersten Jahr noch ziemlich wichtig, in der zweiten Erhebung dann nicht mehr so, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass die legale Erhältlichkeit nicht mehr so subjektiv wahrgenommen wurde, denn man konnte es ja nicht mehr in Läden kaufen. Der Handel in normalen Läden war ja weitgehend unterbunden. Das heißt, es wurde jetzt nicht mehr so als legal wahrgenommen wie vorher. Dieses Motiv hier, da dachten wir eigentlich, bevor wir mit diesen Befragungen angefangen hatten, dass das eigentlich das Motiv sein dürfte, dass eben die Wirkstoffe nicht nachweisbar sind im Körper, spielt allerdings nur bei einer Minderheit der Konsumenten eine Rolle und daran hat sich auch nicht so viel geändert zwischen den beiden Erhebungen. Ein bisschen zugenommen hat dieses Motiv, dass andere Drogen zeitweise nicht erhältlich waren oder sind und das dürfte doch sicherlich eben auch in bestimmten Regionen eine hervorstechende Rolle spielen. So, jetzt die Ergebnisse, die wir aus diesen Resultaten zur Verbreitung einerseits und aus der Verteilung der Konsummotive andererseits rausgezogen haben, daraus haben wir unterschiedliche Typen konstruiert. Der erste Typ wäre das, was ich vorhin schon gesagt habe, also immer wieder die größte Gruppe eigentlich sind Probierer, Gelegenheitskonsumenten, diejenigen, die es ausprobieren und sagen, ach nee, das ist nichts für mich. Die sind jetzt in diesen Stichproben eher nicht so stark vertreten, aber sind größer geworden in dieser Stichprobe. Die nächste Gruppe, wo wir eigentlich dachten, das dürfte eine relativ starke Gruppe sein, diejenigen, die nämlich illegale Drogen aus Rechtsgründen komplett ersetzen mit Legal Highs, die ist sehr klein und ist sogar auch noch kleiner geworden im Laufe der beiden Erhebungen. Dann das hier, das war in der ersten Erhebung eine Überraschung, dass das eigentlich so ziemlich die größte Gruppe ist, die haben wir Kiffer 2.0 genannt, und das sind also Leute, die einerseits Cannabis konsumieren, aber eben auch Räuchermischungen oder synthetische Cannabinoide. Die ist auch etwas kleiner geworden, aber wie gesagt, das ist eigentlich so mehr oder weniger die stärkste Gruppe und das hat uns eigentlich echt überrascht, weil wir dachten, die meisten, gerade die das als Ersatz für Cannabis nehmen, nehmen es eben, um sauber zu bleiben und halten sich dann lieber ganz fern von Cannabis. Ist aber nicht der Fall. Dann eine weitere große Gruppe, also relativ große Gruppe, sind diejenigen, die jetzt mit diesen Räuchermischungen meistens eher nicht so viel zu tun haben, sondern die sich vor allen Dingen auf die Research Chemicals konzentrieren und dazu auch noch diverse andere illegale Drogen konsumieren, denen es auch nicht so wichtig ist, ob das jetzt eine legale oder nicht legale Droge ist, bezeichnen sich oft als Psychonauten, das sind auch oft diejenigen, die besonders aktiv sind in Internetforen und sowas und ja, das ist wie gesagt eine gleichbleibend große Gruppe und das hier ist mehr so eine Restkategorie Allesnehmer, das sind also die, die sowohl Räuchermischungen als auch Research Chemicals und auch noch alle möglichen illegalen Drogen konsumieren und denen alles sozusagen relativ egal ist, auch die Legalität dieser Drogen, aber das ist auch nur eine, ja, wie gesagt, Restkategorie und nicht besonders viele. So, jetzt eine Frage, die uns hier heute auch beschäftigt, ist die nach den Risiken. Da habe ich jetzt einfach mal aus der Befragung 2011 so ein bisschen was zusammengestellt, was die Befragten zu den Nebenwirkungen gesagt haben und da sieht man, dass es durchaus erhebliche Anteile sind, die irgendwann mal Nebenwirkungen von Legal High Konsum festgestellt haben, nämlich insbesondere Herzrasen, Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, Übelkeit, das sind aber auch alles Symptome, die auch beim Konsum von Cannabis oder von Ecstasy oder Speed oder so auch durchaus nicht selten als Begleitumstände sind und unterscheiden sich deshalb jetzt nicht so stark. Was allerdings schon auffällig ist, ist, dass Angstzustände doch relativ häufig genannt werden und so andere eher schwerwiegendere Symptome wie Magenschmerzen oder Muskelkrämpfe auch durchaus eine gewisse Prävalenz haben und sogar drei Prozent gesagt haben, sie waren schon mal bewusstlos infolge des Konsums. Also das ist schon eine ganz interessante Sache und deuten darauf hin, dass diese Substanzen durchaus schwerwiegendere Folgen haben können. Und interessant ist auch, dass Konsumierende von Räuchermischungen generell mehr und häufiger Nebenwirkungen nennen, als die, die diese Party-Drogen-ähnlichen Substanzen konsumieren. Also gerade die synthetischen Cannabinoide scheinen da irgendwie problematischer zu sein. Und wenn man sich jetzt mittel- und langfristige Probleme anguckt, da habe ich jetzt hier nur einen Satz dazu reingemacht, aber bei aktuell Konsumierenden von Räuchermischungen sind auch sowas wie Craving, also das Verlangen mehr zu nehmen von diesen Drogen und andere Abhängigkeitssymptome auch durchaus weit verbreitet, also bis hin zu 30, 40 Prozent von denen, die das so genannt haben. So, jetzt habe ich noch zwei Folien zum Fazit. Also zunächst mal die Verbreitung. Neue psychoaktive Substanzen sind gerade im Vergleich zu illegalen Drogen nicht besonders stark verbreitet, aber die Datenlage ist gerade, was so deutschlandweites angeht, sehr unbefriedigend. Es gibt einen gewissen Anteil von Probierkonsumenten unter Jugendlichen. Regelmäßig Konsumierende gibt es aber eher unter jüngeren Erwachsenen, aber eine ziemlich kleine Gruppe, gerade wenn man es im Vergleich zu den Konsumenten illegaler Drogen betrachtet. Räuchermischungen werden praktisch ausschließlich als meist nur zeitweiliger Ersatz für Cannabis genommen und am ehesten dort, wo die Verfügbarkeit eingeschränkt ist, beziehungsweise das Strafverfolgungsrisiko als hoch wahrgenommen wird. Und da ist eben tatsächlich Bayern ganz eindeutig wohl ein Brennpunkt, was das angeht. Und es ist aber jetzt eben anscheinend auch nicht so, dass die meisten dort dann auf Räuchermischungen umsteigen, um im Straßenverkehr nicht aufzufallen, sondern die meisten kompensieren damit entweder Versorgungsprobleme, dass sie eben nur teures und schlechtes Cannabis irgendwie auf dem Markt haben oder vielleicht gar keine entsprechende Connection haben oder aber einfach so eine generelle Angst vor Strafverfolgung. Weil aus Bayern hört man zum Beispiel auch immer wieder, dass Leute auch auf der Straße einfach nach Drogen kontrolliert werden, wenn sie entsprechende, vielleicht auch noch ein entsprechendes Äußeres haben. Also insofern kann man sagen, da führt der repressive Ansatz, den man in Bayern in der Drogenpolitik verfolgt, dazu, dass die Leute anscheinend eher auf schädlichere Dinge umsteigen. Ja, bei den Research Chemicals sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Die werden eher zusätzlich zu diversen anderen illegalen Drogen genommen. Da ist auch die Legalität nachgängig. Wobei aber auch hier gibt es einen Schwerpunkt, was Bayern angeht. Das hören wir zum Beispiel auch von Party-Drogenprojekten aus München, dass dort das ein ganz großes Thema ist, was in Frankfurt nur so ganz am Rande eine Rolle spielt. Da wird vielleicht der Carsten Tögel auch noch was dazu sagen können. Ja, jetzt noch eine letzte Folie, nämlich was die Trends angeht. Womöglich ist mittlerweile der Höhepunkt überschritten, was den Konsum angeht. Unter denjenigen, die weiter konsumieren, greift man eben häufiger auf Reinsubstanzen zu, was durchaus als positiv zu bewerten ist, weil die Leute einfach besser wissen, was sie konsumieren. Weil sie, zumindest wenn sie sich entsprechend informieren im Internet, auch bei der Dosierung einfach besser Bescheid wissen. Aber ja, das betrifft eben diese kleine Gruppe derer, die es konsumieren. Was die Zukunft betrifft, das ist eigentlich völlig offen, nachdem eben dieses faktische Verkaufsverbot kürzlich aufgehoben wurde. So, das war es von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Bernd. Ich sage es gleich für den sehr schönen Vortrag. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt drei Fragen zulassen. Und dann haben wir zum Schluss auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und diskursiv sich einzubringen. Ja, hier bei der Beratenfraktion. Ja, genau. Vielen Dank, Simon Kowalowski. Sie hatten sich jetzt da ja auf zwei Stoffgruppen, sage ich mal, konzentriert. Das waren ja einmal die, von Ihnen auch immer wieder als synthetische Cannabinoide bezeichneten. Und das andere waren die, die Sie als Party-Drogen bezeichnet haben. Also wahrscheinlich so von der Wirkung her amphetaminähnliche, stimmungssteigernde, wie auch immer, Substanzen. Was mich wundert, ist, dass jetzt die halluzinogenen Substanzen gar nicht vorkamen. Denn gerade als ich jung war, gab es ja diesen Breitensport irgendwie nach Holland zu fahren und da Psilocybin-haltige Pilze zu konsumieren. Die wurden dann irgendwann vor zehn Jahren grob irgendwie verboten. Und seitdem sieht man halt in den ganzen Läden, die früher die Pilze verkauft haben, eben auch synthetische, halluzinogene Produkte, die teilweise aus Traditionspflege dann eben noch auf Pilze aufgeträufelt werden, die da quasi diesen Markt komplett übernommen haben sozusagen. Kam das irgendwie auch vor in den Studien? Also das jetzt speziell, Pilze, die mit solchen Stoffen versetzt sind, eigentlich nicht. Die wurden, glaube ich, von keinem einzigen erwähnt in unseren Befragungen. Allerdings, diese Kategorie Research Chemicals umfasst ja im Grunde genommen eigentlich alle Stoffgruppen. Und diejenigen, die sich da irgendwie als Psychonauten bezeichnen, konsumieren jetzt auch nicht nur irgendwie Partydrogen-ähnliche Substanzen, sondern gerade eben auch diese ganze Palette an Halluzinogenen der unterschiedlichen Art, die es da auf dem Markt gibt. Das habe ich jetzt vielleicht nicht so herausgestellt, aber gerade... Das ist nämlich auch ganz interessant. Die meisten, die solche Substanzen konsumieren, konsumieren das gar nicht irgendwie im Party-Kontext, sondern zu Hause mit Freunden. Und da ist es dann auch egal, ob das jetzt eher aufputschende oder eher halluzinogene Substanzen sind. Aber die Palette ist da einfach auch sehr groß. Also es gibt ja auch welche, deren Wirkung dann irgendwo so dazwischen liegt. Aber ich glaube, dazu werden wir von Volker Auwerter noch ein bisschen was hören. Ja, ich wollte vielleicht auch noch kurz ergänzen. Also es sind durchaus Halluzinogene Drogen, wie es 25 in Bomi oder momentan DOC, durchaus vertreten, die auch auf Plottern, auch als LSD verkauft werden und dergleichen. Also gibt es keinen Mangel daran. Quantitativ spielt halt eben alles das, was sich so irgendwie von der Wirkung her zwischen Speed und Ecstasy bewegt, doch deutlich die größere Rolle als die Halluzinogene. Jan Fährmann. Ja, ich hätte eine Frage. Sie hatten gesagt, dass nach 2008 immer mehr Drogen, also die geheiß, aufgetaucht sind. Wie taucht die denn auf? Also werden die dann durch Strafverfolgungsbehörden aufgespürt? Oder welche Rolle spielen die dabei? Und kann es vielleicht auch sein, dass jetzt einfach nach 2008 mehr nach solchen Stoffen gesucht worden ist und das deswegen so stark angestiegen ist? Kann natürlich auch ein Faktor sein. Nein, aber ich glaube, die meisten Daten stammen schon aus der Strafverfolgung, also dass es irgendwo im Zoll oder sonst irgendwo was hängen geblieben ist. Aber wenn irgendwo, also ich glaube jetzt nicht, dass da sozusagen die Verfolgung, dass das jetzt so eine große Rolle spielt, weil wenn irgendwo jemand eine Substanz entdeckt wird, die im Verdacht steht, eine Droge zu sein, dann wird das eigentlich immer analysiert, oder? Ja, also meistens zumindest. Und insofern glaube ich jetzt nicht, dass das so den großen Effekt hat. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, nicht alle dieser Stoffe sind auch tatsächlich, also beziehungsweise nur ein kleiner Teil dieser Stoffe wird auch tatsächlich konsumiert. Also viele tauchen einfach nur irgendwo mal auf und verschwinden dann wieder, weil man dann gemerkt hat, das bringt eigentlich nicht so viel, das zu konsumieren oder sowas in der Richtung. Aber dass das so stark angestiegen ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass in diesem Zeitraum, das habe ich jetzt auch gar nicht erwähnt, auch einfach sehr viele von diesen Stoffen schon wieder verboten, also dem BTMG unterstellt wurden, beziehungsweise den Drogengesetzen in anderen Ländern. Und deswegen, wenn irgendwo was verboten wird, geht das immer ganz schnell, dass die entsprechenden Händler was anderes im Angebot haben. Ja, danke. Ich hätte noch eine letzte Frage. Wie sieht es aus mit intravenösem Konsum? Also auf der Homepage von der IMCDDA findet man eben das Stichwort injizierbare Katinone oder auch der Bayerische Rundfunk hat jetzt mal so ein Feature gebracht, wo so Junkies in München Katinone injizieren. Ist sowas ein Thema bei euch? Nee, bis jetzt nicht, aber ja stimmt, in München, das ist mal wieder das, also anscheinend nicht nur unter den Kiffern und den Partydrogenkonsumenten in Bayern, sondern eben auch unter den Junkies ist es ein Thema. Eine ganz interessante Frage, damit haben wir uns bis jetzt noch gar nicht beschäftigt. Vielleicht sollten wir uns da mal mit den Kollegen in München versetzen, das vernetzen, dass dort auch mal da mal etwas näher nachgeforscht wird. Und ansonsten, was so die Junkie-Szene anging, da spielte das in der Vergangenheit hierzulande eher nur eine Rolle, wenn Leute in einer stationären Therapie waren, wo sie regelmäßig auf Drogen getestet wurden. Und dann waren das aber meistens dann auch nicht irgendwelche Katinone, also irgendwelche aufputschenden Substanzen oder es gibt ja sogar auch Opioide, also Heroin-ähnliche Substanzen, die unter diese Kategorie fallen. Aber auch das spielte kaum eine Rolle, sondern dann eher wieder die synthetischen Cannabinoide. Das heißt, es gab also durchaus Leute, die dort in Therapie gegangen sind und noch weiter kiffen wollten und dann, um nicht beim Drogentest aufzufallen, das dann konsumiert haben. Aber auch das ist ein sehr, also das haben wir jetzt auch noch nicht so, das ist auch sehr schwer zu erforschen, weil das, erstens wollen, dass die Therapieeinrichtungen nicht so genau wissen und diejenigen, die das machen, um die Drogentests zu umgehen, sind wahrscheinlich auch nicht besonders auskunftsfreudig. Danke. Und Dr. Holzer will noch eine allerletzte Frage stellen. Drei Fragen aus dem Publikum. Ich habe eine Frage zur Herkunft. Also wir in der Bundestagsfraktion, also unsere Kenntnislage ist so, das Zeug kommt aus China. Wir haben da so Bilder gesehen vom Zoll aus Großbritannien mit chinesischen Schriftzeichen und im Internet die großen Jobs verkaufen mit chinesisch-englischen Schriftzeichen bis zu 10 Kilo von diesen Sachen. Und dann wird das in Europa halt weiterverklappt über die Drehscheibe London. Da wollte ich fragen, ist das auch euer Kenntnisstand oder ist der anders? Ja, also die eigentliche Herstellung der Chemikalien, weil darum handelt es sich ja eigentlich, die findet tatsächlich wohl in erster Linie in China und auch in Indien statt, weil dort billige Produktionskapazitäten sind. Wenn das in Europa gemacht würde, dann wären die einfach teurer. Das ist wahrscheinlich der einfache Grund dafür. Das, was nachher auf den Markt kommt, also die fertigen Produkte, seien es jetzt Räuchermischungen oder eben diese schön verpackten Research Chemicals mit Beschriftung, das wird wahrscheinlich in Europa gemacht, weil das dann ja auch in der landesüblichen Sprache normalerweise beschriftet ist. Und da gibt es also in jedem Land dann offenbar so Unterverteiler, die das dann in die Hand nehmen, den Vertrieb. So sieht es im Moment aus. Wobei ganz genau weiß das natürlich niemand. Man kann ja nur so von diesen Sicherstellungen so ein bisschen extrapolieren, wie es wahrscheinlich im Großen aussieht. Es gibt zumindest Hinweise darauf, dass es in China auch ein immer größeres Problem mit Legal Highs gibt. Und von daher ist es spannend abzuwarten, wie die dortigen Behörden mit umgehen, ob das dann auch Auswirkungen hat auf die Versorgung. Gut, es ist auch international schon so ein bisschen Druck in Richtung China ausgeübt worden, weil natürlich bekannt ist, dass viel daher kommt. Und man hat dann versucht, dass die chinesische Regierung auf diese Firmen einwirkt und das unterbindet. Aber das ist auch ein hoffnungsloses Unterfangen. Die machen das ja auch nicht offen. Die deklarieren das auch nicht richtig, logischerweise, sondern das wird dann eben als Titandioxid verschickt. Das ist ja ein weißes Pulver. Und man kann das ja nur feststellen, wenn man es analysiert, was es ist. Außerdem hat man, glaube ich, auch schon, neulich habe ich auch mal was gehört, dass es jetzt auch schon wieder andere Länder gibt, die im Verdacht stehen, dass es sich darauf verlagert hat. Also Indien war da zum Beispiel in der Diskussion gewesen. Aber insofern, selbst wenn man in China das jetzt stark verfolgen würde, kann ich mir vorstellen, da gibt es genügend andere Länder, die da noch in Frage kämen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.